Los zusammen, US-Shop-Mark in Meiches, Lautertal, hier im schönen Hessenland. Absolute hardcore geile Drecksau, das richtig knallt. Kommt rein, come in and find out. Wahnsinn, Sau-Sage an Getränken. 102 und demnächst noch 500.000 unterschiedliche neue Getränke. Wir haben Süßspeisen, wir haben Dips, wir haben Grillkohle, wir haben Snacks, wir haben Süßkram, wir haben alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Sei es Mexiko, sei es USA, wo noch? Überall auf der Welt. Wir kriegen so geile Sachen hier rein, denn neue Laden hier in Meiches, US-Shop. Come in and find out. Folgt mir, ich zeige euch alles. Hier, mein Freund. Hast eine Auswahl. Chips, Soßen, Clips, Süßkram. Alles, was ihr haben wollt. Frühstückszelle rein, total geil. Das wird der richtige Knaller. Diesen Samstag, große Eröffnung. 500.000 Menschen werden hier kommen. Die werden hier alles kaputt kaufen. Die werden uns belagern ohne Ende. Das muss richtig geil sein. US-Waren in Meiches. Storndorfer Straße 22. Das wird richtig rocken. Viel Spaß. Alles. Untertitelung des ZDF, 2020